Oh super Akiko. Ich glaube damit hast du das Match mit uns gewonnen. Wir haben doch sehr viel Schaden. Ja, oh super Akiko. Puh, das war schon spannend. Okay, was haben wir hier? Okay, eine Soul. Das heißt für unser Mana wieder was zum auffüllen. Okay, wir müssen jetzt etwas höher wieder. Oh Gott. Ja, das Potion. Oh danke. Oh Dankeschön. Jetzt nehmen wir auch so eine Soul mal. Und ich werde, glaube ich, hier einen kleinen Cut machen. Ich will mal kurz nach. Ne, kann es nicht. Eine Minute dann kurz. Wir gehen mal kurz eine Minute. Es muss mir kurz was... Warm wir es, warm wir es. A-da-da-da-da-da-da. O-da-da-da. Solo time. Ich versuche einmal kurz was. Ah fuck. M-m. Hehehe. Geh litten, Manuel. Geh litten, Manuel. Ja, geh litten. Okay. Ähm... Ich halte nur mal kurz hier. kein bock gegen die zu kämpfen ja 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 bitte schön ok ich werde mich stärker ich könnte hier raus aber nein ich bin ein bisschen verarscht ich nehme es kämpfen fuck oh löwen double fang ok das sind viel schade ich dachte ok moderat machen wir nochmal attacke achte auch noch falsche personen auf die wird immer verführen So, jetzt meine Attack Persona, meine normale Attacke, geht das denn auch jetzt auf den Eingriff? Jo, auf jeden Fall. Boah. Okay. Uh, die Blöwen gehen aber schon aus. So, dann werden wir jetzt erstmal wieder heilen. Hm, ich habe irgendwas geskippt leider. Okay, mal sehen, wieso wir jetzt hin müssen. Okay, wieder ein Hör. Ach, der Gott. Es geht auch ganz schnell durch. 59. Okay. Was? Acht? Etausend. Fuh, je, je, je. Ha? Warte, Leute. Ha? Gut geraten. So. Ne. Sack ist okay. So. Dann gehen wir mal. Ne, das sieht nicht sogar noch aus. Gehen wir mal hier lang. Bestimmt war es der falsche Glück. Da. Komm, 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 komm. Oh, hab jetzt ein Glück. Na super. Du musst ein bisschen so abhauen hier. Okay. Irgendwas ist hier anders. Okay, die freie Truhe, die Free Truhe nimmt mir. Ein bisschen Jen, auch geil. Ah, da geht's weiter schon. Ich muss auch mal so am Tag mal die Shops so besuchen. Na ja, noch fünf Etagen, ey. Boah. Mag ja viel. Geht ja relativ fix. Manche geht sehr schnell, manche nicht. Okay. Ich mach mal für Mist, so sicher als ein Safe State. Tut mir leid. Ich hab auch keinen Bock Eis von vorne zu machen. Ein bisschen müde sind wir aber schon da shoppen. Aber shoppen wir schon. Leute. Okay. Ne, am Rand. Okay, gott. So. Falls immer ob wir müde sind. Das hebt jetzt so die Stimmung. Okay. Okay. Ich muss mich angreifen. Ich weiß nicht wie stark sie sind. Hände, okay. Ah, die halten zwei Schläge aus. Was? Oh nein. Das ist tot. Strike attack. Eis. ist das heißt ich hoffe bitte 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 oder ich glaube sie aber ich mache auf alle feier komm wir beide können schon shoppen so wir nehmen mal die hier haben wir was irgendwie um die leder zu leben also ich kann jetzt alle vier waren hätten praktisch mit einem wie es auch heißt als der flächen vertreten auch noch ein Floor. Okay. Ah, fuck. Fallattacke? Ah. Lauber, aber Attacke wäre eigentlich nichts, ne? Oh doch. Oh, schöner Attacke. Na, Schaden, ey. Ja, oh, ist das effektiv? Naja, aber ich freu es nicht. Ah, jetzt hoffe, jetzt hoffe ich wirklich. Äh, Skill. Dass man bald mit dem Feuer fertig bin. Ich brauch schon ordentliche Kämpfe dann, halt, ne? Okay, komm, komm, komm. Gut Job. Okay. Okay, einer ist das sogar neu. Ist hab kurz gespeistert. Zum mir leid. Okay. Okay. Erstmal. Erstmal. Give me a sec. I'll scan the target. Ich guck mal nach oben gegen Feuer. Ich guck mal nach oben gegen Feuer. Schwaches? Ne. Ach, die nicht. Ufo. Sie aber. Ich guck mal nach oben. Ich guck mal nach oben gegen Feuer rufen. Äh. Ja, Trotein. Normalen Attack. Okay. Counter Strike. Mindshot. Okay, das wird jetzt sehr hart. Was hat denn hier? Was ist denn hier? Das war's für mich. Eine Heilungsrunde wahrscheinlich? Komm, machen wir nochmal auf ihn. Eine Bühne. Boah. Was kann ich jetzt machen? Wirkt alles nütz.